Urlaubekinder ist ein Paradox, das ist genauso was wie, keine Ahnung, Holzeisenbahn. Ja, woraus soll die sein? Verstehe ich nicht. Oder Paradox finde ich auch immer, wenn einer sagt, ich gehe laufen. Ja, dann denke ich immer, entscheide dich am besten vorher, du Heiopei. Ich gehe laufen. Oder wenn einer sagt, scheiße, ich muss pissen. Das ist auch Paradox. Ja, das gefällt euch.